Bei Netflix und Amazons Prime Video, den größten Strähmenanbietern am Markt, erscheinen täglich neue Titel. Da verliert man schnell den Überblick und verbringt Stunde um Stunde damit nach dem Abendessen den richtigen Film oder die besten Serienneuheiten ausfindig zu machen. Um Ihnen die Suche ein wenig zu erleichtern, erhalten Sie hier einen aktuellen Überblick über alle Veröffentlichungen im Juli 2018. Und sollten Sie doch mal nicht weiter wissen, finden Sie in unserem Tau, Netflix-Szenen, Tau, zeigt die gefüchtete Seite künstlicher Intelligenz, Netflix-Prime-Video, Nefs blogt die ein oder anderen News- oder Serie-Neuheit aus der Welt der Strähmen-Dienste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017